Ja, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Power On, dein Mindset für die Jugendhilfe. Wenn du dir den letzten Podcast noch nicht angehört hast, dann mach das, weil das ist wieder die Fortsetzung davon. Es ging im letzten Podcast um das Thema Freiheit und in diesem Podcast werde ich dir einfach ein paar praktische Tipps geben, wissen, wie man innere Freiheit erlangen kann und natürlich, ja, wie man das selber machen kann bei sich, aber natürlich auch, wie man das dann an die Jugend zureitet. Das ist dann natürlich immer der Sinn dahinter, dass man es für sich selber nutzt und das noch aber auch mit den Jugendlichen hat. Genau, wir fangen wirklich an mit dem Podcast Innere Freiheit. Ja, wenn es um das Thema Innere Freiheit geht, dann kommt man, glaube ich, um das Thema persönliche Weiterentwicklung nicht drumherum. Was meine ich damit? Ich meine damit ein Nach-Innen-Schauen. Was ist wirklich in mir, was mich nicht innerlich frei sein lässt? Welche alten Geschichten habe ich noch in mir? Welche Sachen aus der Kindheit? Ich meine, das sehen wir bei den Jugendlichen immer wieder, dass die dann noch gefangen sind von den Familiengeschichten, was auch völlig logisch ist, weil bei denen ist das ja noch nicht so lange her. Aber diese Geschichten aus der Vergangenheit bilden Glaubenssätze in uns, die uns behindern, innerlich frei zu sein. Und da gilt es eben, diese Glaubenssätze ganz genau anzuschauen. Also was kann das zum Beispiel sein, wenn jetzt ein Jugendlicher Eltern hatte, die einem kein Selbstwertgefühl geben, dann kann sich daraus der Glaubenssatz entwickeln, ich bin nicht gut genug, ich bin nichts wert, ich kann nichts. Und diese Glaubenssätze machen dich natürlich nicht innerlich frei, im Gegenteil, weil wenn du von dir selber glaubst, du kannst nichts, du bist nicht gut genug, dann glaubst du auch nicht an dich und fängst nicht an, deine eigenen Werte zu leben, dein eigenes Leben zu leben, sondern bist da eben gefangen von diesen alten Glaubenssätzen. Und das ist natürlich nicht nur bei Jugendlichen so, das ist auch bei ganz vielen Erwachsenen so, weil wir uns darüber oft gar nicht bewusst sind oder wir sind uns darüber nicht bewusst. Wenn wir uns das nicht wirklich bewusst anschauen, dann laufen diese Glaubenssätze so unbewusst mit. Und wir wissen das gar nicht. Ja, wir fühlen uns nicht innerlich frei, aber wir wissen gar nicht, warum. Das heißt, da gilt es wirklich zu schauen, welche Glaubenssätze habe ich wirklich, die mich daran hindern, innerlich frei zu sein. Und am einfachsten findet man das eben über die Vergangenheit raus, über die Familiengeschichten. Was war denn da eigentlich? Was für negative Ereignisse haben sich da abgespielt? Und was ist daraus entstanden? Welche Glaubenssätze? Also, genau, fühle ich mich gut, fühle ich mich stark, fühle ich mich sicher im Leben? Das sind so, werden die Posen hieben. Und wie kann man die umändern? Also, das Wichtigste ist erstmal, sie sich bewusst zu machen. Ja, das ist schon mal der größte Schritt, wenn ich sie bewusst habe. Ja, dann kann ich sie auch angehen und dann kann ich mir den positiven Glaubenssatz dazu raussuchen. Also, bei unserem Beispiel wäre das dann, ich bin etwas wert, ich bin gut genug, ich kann etwas, ich bin stark. Und es geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber man kann sich diese Glaubenssätze zum Beispiel jeden Morgen aufschreiben. Am besten zehnmal. Oder sich irgendwo hinhängen, wo man die immer sieht. Oder anhören, man spricht sie aufs Band und hört sie sich an. Also, so, dass man sie immer präsent hat und langsam die alten durch die neuen ersetzt. Ja, und da sind wir schon beim zweiten Thema, Selbstdisziplin. Und das hört sich erstmal so negativ an und eher als würde es der inneren Freiheit widersprechen. Disziplin und Freiheit in einem Satz ist eben ein bisschen komisch. Aber was ich damit meine ist, nicht sich zu knechten, sondern das hat ganz viel mit den Werten zu tun. Dass ich mir erstmal klar mache, welche Werte habe ich und nach diesen Werten dann zu leben. Und dafür braucht es aber Selbstdisziplin. Weil gerade in unserer Gesellschaft gibt es ganz viel Ablenkung durch die Medien. Es gibt den Fernseher, es gibt das Internet, Werbung. Allein wenn du zum Einkaufen gehst, wirst du schon beeinflusst mit Musik, mit Farben, mit was auch immer, Gerüchen. Und da braucht es eben Selbstdisziplin, damit man da nicht drauf reinfällt. Und es ist aber natürlich erstmal wichtig, dass du deine Werte klar hast. Damit du eben nicht von anderen geleitet wirst und nur das machst, was die anderen von dir wollen. Sondern, dass du dir ganz bewusst machst, welche Werte habe ich. Nach welchen Werten möchte ich leben. Das kann zum Beispiel Familie sein, Freiheit sein, Abenteuer sein, Gesundheit. Okay, guck einfach mal, was für dich wichtigste ist. Welche Werte. Im Internet findest du auch Tests und findest du auch Listen mit Werten. Einen Test, den du selber machen kannst. Also du kannst dir mal eine Liste mit Werten nehmen. Zwölf davon aufschreiben. Die, ja, die du für wichtig empfindest. Und dann wägst du jeden miteinander ab. Also wenn du zum Beispiel Abenteuer hast, Freiheit hast, Freunde, Liebe. Und dann wägst du jeden miteinander ab. Was ist wichtiger? Abenteuer oder Freiheit? Abenteuer oder Freunde? Abenteuer oder Liebe? Und dann das Nächste. Freiheit oder Freunde? Freiheit oder Liebe? Und dann hast du am Ende, hast du die, also gibst natürlich jedem dann einen Punkt und hast du am Ende die drei wichtigsten oder fünf wichtigsten Werte, nach denen du jetzt leben solltest. Und das bedeutet dann natürlich ein bisschen Selbstdisziplin. Weil wenn du als Wert hast Gesundheit oder Bewegung, ja, du möchtest in deinem Leben Bewegung, weil du weißt, es tut dir gut, das pusht dich, du fühlst dich gut danach. Aber du hängst dich vor den Fernseher, dann machst du genau das Gegenteil. Das erfordert eben ein bisschen Selbstdisziplin, sich immer wieder daran zu erinnern, was ist mein Wert? Okay, mein Wert ist Bewegung, Gesundheit. Also hänge ich mich jetzt nicht vor den Fernseher, sondern ich packe meine Laufschuhe und gehe raus. Also die Entscheidungen ganz bewusst treffen mit Blick auf deine Werte. Und das bedeutet am Anfang natürlich mehr Disziplin, später geht das dann von alleine, weil du es einfach gleich im Blick hast. Ein weiterer Punkt für innere Freiheit ist die Komfortzone verlassen. Ich habe es schon mal in einer anderen Podcast-Folge gesagt, da ging es ganz speziell um die Komfortzone. Aber das ist etwas, was deine innere Freiheit extrem fördert, weil du musst dir vorstellen, wenn du in einer kleinen Komfortzone lebst und die nie verlässt, dann bist du einfach eingeschränkt. Weil sobald du darüber hinausgehst, bist du unsicher und fühlst dich gar nicht frei. Du hast Angst, weil du es nicht gewöhnt bist. Wenn du aber gewöhnt bist, deine Komfortzone zu verlassen, und natürlich macht uns das erst mal Angst, weil du unsicher bist, weil du nicht weißt, was kommt, aber danach erlernst du Fähigkeiten, kommst in die Wachstumszone und hast damit deine Komfortzone erweitert. Und wenn du deine Komfortzone immer mehr erweiterst, 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 wirst du natürlich innerlich auch immer freier, weil es egal ist, was im Außen passiert. Du weißt innerlich, ich komme damit schon klar. Ich bin damit klargekommen, ich bin damit klargekommen, dann komme ich damit auch klar. Das macht dich so innerlich frei. Also wenn man sich das Beispiel Reisen mal nimmt. Die erste Reise ist vielleicht total beklemmend, weil du bist noch nie geflogen. Du weißt nicht, wie das funktioniert, wie ist das mit dem Check-in, wo muss ich hin, wie funktioniert das mit dem Ticket, was brauche ich, wann muss ich da sein. Das ist alles unsicher und du fühlst dich natürlich nicht innerlich frei. Du weißt dich nicht toll am Flughafen, weil du natürlich gucken musst, wo muss ich hin, bin ich rechtzeitig da und so weiter. Beim nächsten Mal aber, und dann ist es egal, ob du in ein anderes Land fliegst oder wie dann das Gleiche, ist es schon anders. Du kennst dich schon aus, du weißt, wohin, du weißt, wie das alles funktioniert. Das heißt, du bist innerlich sehr viel freier. Du kannst dich sehr viel freier am Flughafen bewegen und hast natürlich diese äußerliche Freiheit, aber fühlst dich natürlich innerlich viel freier, weil du weißt, das habe ich schon mal gemacht, ich habe die Fähigkeit, ich weiß jetzt, wie es geht. Das heißt, es bringt dich nicht aus der Bahn. Daran ist es so wichtig, die Komfortzone einfach immer wieder zu erweitern, immer wieder rauszugehen. Und am Anfang hast du natürlich extreme Unsicherheit, aber desto öfter du es machst, desto mehr Fähigkeiten erlernst du und desto einfacher wird es und desto mehr Spaß macht es auch, Neues zu erlernen, irgendwas zu machen, was man noch nie gemacht hat. Und wie gesagt, stärkt die innere Freiheit enorm. Ja, ein wichtiger Faktor ist auch die Zeit, also Zeit für sich selbst zu haben. Egal, was man mit dieser Zeit für sich selbst macht, ob man dann ein Buch liest, ob man sich Affirmationen aufschreibt, ob man eine Meditation macht, Yoga, völlig egal, wichtig ist die Zeit für dich selber. Und dann aber auch die Zeit für Freunde, für Familie, ja, dass du nicht wie ein Workaholic nur arbeitest, arbeitest, sondern eben dir einfach Zeit nimmst für dich, für Freunde, für Familie. Und da dann einfach mal abschaltest, dann nicht an die Arbeit denkst, dann nicht an Verpflichtungen denkst, sondern wirklich die Zeit, okay, jetzt ist Zeit für mich, jetzt ist Zeit für Familie, für Freunde. Und wirklich abschaltest, ja, jetzt gibt es nichts anderes. Das Telefon kann klingeln, egal, E-Mails können eintrudeln, egal, ich habe jetzt Zeit für mich oder eben für die Freunde oder die Familie. Genau, der nächste Punkt ist Gefühle annehmen. Was wir machen, und das macht uns natürlich innerlich nicht frei, ist, dass wir ganz oft Gefühle unterdrücken, weil wir Gefühle für negativ halten, zum Beispiel Wut, zum Beispiel für Eifersucht, zum Beispiel Traurigkeit. Also das sind alles so Gefühle, die wollen wir nicht haben, ne, ich bin nie wütend, ich bin nie traurig, ne, weinen tue ich sowieso nie. Und das macht uns aber natürlich nicht innerlich frei, wenn wir diese Gefühle unterdrücken. Innerlich frei wäre, diese Gefühle zu fühlen, sie zu akzeptieren und dann wieder loszulassen. Ja, ich fühle mich ja innerlich wahnsinnig frei, wenn ich weiß, egal welches Gefühl kommen, es darf kommen, ich darf es fühlen, weil ich kann es dann auch wieder loslassen. Wenn ich aber ein Gefühl unterdrücke, ist es ja ständig da, es ist ständig so im Hinterkopf. Ich fühle es zwar nicht gerade bewusst, aber unbewusst ist es ja trotzdem irgendwo da, es ist ja irgendwo unterdrückt. Und wenn ich es aber hochkommen lasse und fühle, dann kann ich es ja auch wieder gehen lassen und dann ist es auch nicht mehr da und ich bin innerlich frei. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir das den Jugendlichen beibringen müssen, eben nicht beibringt, du darfst nicht wütend sein, du darfst nicht weinen, das sagt man sowieso nicht mehr eigentlich. Aber früher war das ja so, Jungs dürfen nicht weinen, du darfst nicht eifersüchtig sein, du darfst nicht sauer sein. Natürlich darf man das, man darf das fühlen. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Auch Eifersucht, natürlich darf man Eifersucht fühlen. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Spionierst du deinem Partner hinterher? Verbietest du ihm oder deiner Partnerin? Verbietest du ihm oder ihr, sich mit dem anderen Geschlecht zu treffen? Schränkst du den anderen ein? Schränkst du dich ein? Oder kannst du einfach sagen, okay, da war ich jetzt eifersüchtig, aber ich vertraue meinem Partner, meiner Partnerin und da passiert auch nichts. Oder es passiert was und dann gucke ich, wie ich damit umgehe. Aber wenn du eine innere Stärke hast, dann kannst du ihm diese Gefühle auch zulassen und das muss man den Jugendlichen, glaube ich, auch beibringen. Ja, dann etwas, was wahnsinnig einschränkt, ist Perfektionismus. Und das haben, glaube ich, ganz, ganz viele von uns, dass wir Dinge perfekt machen wollen. Entweder, weil wir nicht kritisiert werden wollen, ja, es gibt Menschen, die alles perfekt machen wollen, damit niemand kommen kann und das kritisieren kann, weil man, wie auch immer, in der Kindheit schlechte Erfahrungen gemacht hat oder eben glaubt, man sei nichts wert und dadurch, ja, also einen verletzt, wenn man kritisiert wird, deswegen muss man alles perfekt machen. Ja, oder man möchte eben ständig Lob haben von anderen, ja, ständig, ja, dass die anderen sagen, toll, toll, man möchte wichtig sein, ja, dass die anderen nicht auf einen verzichten können, gerade in Firmen. Ich glaube, das betrifft jetzt eher uns Pädagogen als die Jugendlichen selbst, aber es gibt auch Jugendliche, die wirklich Sachen total perfekt machen wollen. um eben Lob zu bekommen oder nicht kritisiert zu werden, aber ich glaube, das habe ich ganz oft im Fachbereich gesehen, also bei uns Pädagogen. Und ja, um was geht es beim Perfektionismus? Es geht da darum, was andere von mir denken. Und das ist etwas, was einen wahnsinnig innerlich einschränkt, wenn du ständig denkst, was denken die anderen von mir? Könnte das jemand schlecht finden? Könnte das jemand kritisieren? Denn wenn wir das mal von oben betrachten, ist es doch so, dass natürlich, egal was du machst, wird es Menschen geben, die das nicht gut finden. Wir haben so viele Menschen auf dieser Welt. Es wäre doch absurd, wenn du etwas machen könntest, was jeder gut findet. Und dann auch noch, wie du das machst, ist doch völliger Blödsinn eigentlich. Genauso wie diesen Podcast. Es gibt Leute, die hören total gerne diesen Podcast, das weiß ich, weil ich die Rückmeldung bekommen habe. Aber es wird ganz viele Menschen geben auch, die diesen Podcast einschalten und sagen, was ist das für ein Schwachsinn? Das fähre ich mir nicht an. Oder, ist ja ganz nett, von was sie da redet, aber wie sie das macht, ich kann ihre Stimme nicht hören und schalten wieder aus und das ist völlig okay. Und die hören sich dann einen anderen Podcast an. Das ist völlig in Ordnung. Wir haben so viele Menschen und jeder ist anders, jeder ist individuell, jeder hat andere Geschmäcker und du kannst es noch so perfekt machen. Dann kommt irgendwer und sagt, das ist mir zu perfekt. Ich möchte das authentisch. Ja, also, du kannst es einfach nicht für jeden richtig machen. Von dem her ist es auch völlig egal, was andere von dir denken. Und du musst dir die Frage gar nicht stellen. Aber, um das denken zu können, ist natürlich nicht so schwierig. Also, mir geht das natürlich auch so. Weil ich möchte natürlich etwas machen, was die Leute gut finden. Ich möchte nicht irgendwas machen, was die Leute total blöd finden. Aber, und da kommen wir dann zum nächsten Punkt. Dass man seine Gedanken unter Kontrolle kriegen muss. Ja, die meisten von uns haben so ein Gedankenkarussell im Kopf, das automatisch von alleine läuft. Ja, da kommt irgendein Gedanke und schon geht's los. Der eine geht zum nächsten, zack, zack, zack. Ja, man ist in so einer Spirale, die man überhaupt nicht im Griff hat. Und die gute Nachricht ist, dieses Gedankenkarussell kannst du in den Griff bekommen. Weil du selber deine Gedanken kontrollieren kannst. Du bist ja nicht der Gedanke. Du bist ja der, der diese Gedanken beobachtet. Der diese Gedanken sieht. Und der auch bestimmt, welchen Gedanken gibst du Raum und welchen nicht. Wo möchtest du weiter nachdenken und wo lieber nicht. Ja, natürlich werden mal Gedanken kommen. Aber wenn du die nicht gut findest, kannst du einfach aufhören, darüber nachzudenken. Und denkst über was anderes nach. Und jetzt wäre es natürlich von Vorteilen, nicht nur für die innere Freiheit, sondern überhaupt für dich, dass du einfach nur die positiven Gedanken zulässt. Und ich meine damit nicht, die Welt in rosa zu malen. Ja, es wäre alles super toll. Zum Beispiel im Moment die Corona-Krise zu ignorieren. Ja, natürlich sieht man das. Und natürlich kommen da auch mal Gedanken, dass man vielleicht Angst hat, dass man sich Sorgen macht um die Familie. Gerade wenn man irgendwie eine Oma hat, die man ganz gerne mag. Dann kommen da natürlich auch mal Sorgen. Aber dann kannst du diese Sorgen auch wieder ins Positive lenken. Und schauen, was ist denn positiv an deiner Situation. Bist du erkrankt? Ist diese Oma krank? Oder ist sie noch gesund? Und guckst du da einfach schon in die Zukunft und machst dir Sorgen in der Zukunft? Im Moment ist eigentlich noch alles gut. Was kannst du Positives an der Situation sehen? Ja, du bist zu Hause, du hast mal wieder Zeit für, was auch immer du schon mal in Angriff nehmen wolltest. Auch wenn es ein Großputz ist. Ja, also du kannst deine Gedanken auf das Positive lenken. Auch die Jugendlichen, ja. Und vor allem die sind ganz oft in Gedankenkarussellen von früher, von ihren Geschichten. Ja, ganz viele haben Schlafprobleme. Hatte ich ganz viele Jugendliche, die nicht schlafen konnten, weil sie gesagt haben, sie legen sich ins Bett. Und es geht los mit den Gedanken. Von einem zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten. Und man kann einfach nicht schlafen. Und plötzlich liegt man stundenlang wach im Bett und hat kein Auge zugetan. Und auch mit diesen Jugendlichen kann man das erarbeiten. Ja, dass man seine Gedanken kontrollieren kann. Und das dauert natürlich. Aber irgendwann kannst du es dann. Und dann kannst du sagen, okay, nee, darüber denke ich jetzt nicht nach. Ich möchte darüber nachdenken. Und das ist sehr verbunden mit Achtsamkeit. Da kannst du auch natürlich Achtsamkeitsübungen machen mit den Jugendlichen, mit dir selbst. Zum Beispiel eine ganz schöne Übung ist, mal alle deine Sinne durchzugehen. Ja, mach das ruhig mal mit einem Jugendlichen zusammen. Ja, macht die Augen zu und jetzt konzentriert ihr euch auf den Sinn Hören. Und ihr guckt mal, was ihr alles hören könnt. Ja, bis ins kleinste Detail. Vielleicht eine Fliege, die an dein Ohr fliegt. Oder Vögel, die draußen zwitschern. Oder das Brummen vom Kühlschrank. Ja, schaut mal ganz genau, was kannst du hören. Macht das mal eine Zeit lang. Jeder für sich. Und danach könnt ihr austauschen, wer hat was gehört. Und dann macht ihr das mit dem Geruchssinn. Was riecht ihr? Da könnt ihr natürlich auch speziell irgendwas nehmen, wie ätherische Öle oder eine Zitrone. Oder also verschiedene Sachen. Und so macht ihr das mit jedem Sinn. Beim Schmecken probiert ihr verschiedene Dinge aus, mit Augen zu, wo ihr wirklich nur auf den Geschmack guckt. Also auf den Geschmack konzentriert. Und ja, und dann am Ende mit dem Sehen. Ja, was seht ihr? Welche Farben seht ihr? Welche Formen seht ihr? Also wirklich ganz achtsam und bewusst. Um zu sehen, ja, wir haben so viele Sinne und die kann man ganz bewusst einsetzen. Tun wir halt meistens nicht. Genau, ja, das waren jetzt mal ganz, ganz viele Tipps. Ein langer Podcast diesmal. Zum Abschluss noch einen persönlichen Tipp von mir. Was du auch immer machen kannst, um innerlich frei zu werden, ist der Satz, den du dir denken kannst, ist doch eigentlich gar nicht so schlimm. Also wenn du mal wieder irgendwo in einer Situation bist, wo du dich irgendwie eingeengt fühlst oder irgendwie nicht wohlfühlst, dass du dann in die Vogelperspektive gehst und mal guckst, wie sieht das dann von da oben aus? Und dann denkst du, ist doch eigentlich gar nicht so schlimm, ja, zum Beispiel, wenn du vor Leuten sprechen musst und du hast Angst vor Leuten zu sprechen, ja, das kann man auch den Jugendlichen so sagen, ja, also ich hatte in der Jugend total Angst vor Menschen zu sprechen und sich dann zu überlegen, hey, wenn ich das von oben betrachte, ist das überhaupt gar nicht so schlimm. Oder wenn ich es aus der Zukunft betrachte, ja, ich habe mir oft gedacht, wenn ich dann irgendwann mal Kinder habe und eine eigene Familie, ist es völlig egal, ob ich hier ein Referat verkackt habe, dann spielt das überhaupt keine Rolle mehr. Oder, ja, wie gesagt, dass du weiter von oben an das betrachtet, dass du einfacher wirst, ja, wenn du sagst, ähm, wen interessiert es auf dieser Welt, ob ich mich hier versprochen habe beim Podcast oder nicht, ja, es ist völlig, völlig egal, ja, also es ist überhaupt nicht so schlimm. Aber gerade, ich habe es ja schon angesprochen mit dem Perfektionismus, wir versuchen alles perfekt zu machen und wenn man sich da öfter einfach mal denkt, ist doch gar nicht so schlimm und das mal wirklich von oben betrachtet, dann kann man auch einfach lockerer sein und man ist einfach innerlich viel, viel freier, genau. Ja, ja, wie immer hoffe ich, dass du in die Facebook-Gruppe kommst, Mindset für die Jugendhilfe und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mal anfangen, auch Dinge zu teilen, Erfahrungen, eure Meinungen, also ich finde das, fände ich wahnsinnig schön, genau, von euch auch was zu hören, wenn ihr nicht immer nur von mir hört, sondern ich auch was von euch höre. Und, ähm, ja, ich werde nächste Woche eine kleine Pause machen mit dem Podcast, weil, wie ihr vielleicht wisst, bin ich gerade in der Vorbereitung des Online-Kongresses Jugendliche bewegen und der startet am 11.05. Ich verlinke dir auch unten nochmal den Link, damit du dich da eintragen kannst, der wird nämlich richtig toll, der der Kongress, ähm, der ist natürlich umsonst, du kannst dich einfach anmelden mit deiner E-Mail-Adresse und dann kannst du da teilnehmen und, ähm, ja, das ist natürlich viel, viel Vorbereitung, ja, viele Interviews, dass wir das schneiden, dass wir uns zusammenstellen, die ganze Technik und so weiter und so fort. Und deswegen, ähm, ja, werde ich es nächste Woche wahrscheinlich nicht schaffen, einen Podcast aufzunehmen und ich möchte natürlich auch nicht irgendwas aufnehmen, so nebenbei, irgendeine schwarze, deswegen habe ich gesagt, ich mache jetzt nächste Woche mal eine Pause. Und, ähm, ähm, genau, wenn dann der Kongress läuft, dann hört ihr eh ganz viel von mir und dann geht's wieder ganz normal weiter. Dann wird es, ich kann euch ja einen kleinen Ausblick geben, dann wird es wahrscheinlich um das Glücksmodell gehen, es wird von, von Jean-Paul Matin, ähm, mit, ähm, es wird um Bedürfnisse gehen, um die neuen Menschenrechte. Und, genau, weil ich ja da an dem Buch mitschreibe, an dem Buch vom Showformateur, an den, ähm, neuen Menschenrechten, genau, und da beschäftige ich mich ja mit dem Glücksmodell von ihm und den neuen Menschenrechten. Und, genau, ich denke, da werde ich dann darüber auch einfach einen Podcast machen und euch darüber ein bisschen informieren, wenn ich mich sowieso da reinarweite in das Team heute. Genau, das ist der Ausblick, was euch erwarten wird. Aber wie gesagt, meldet euch unbedingt an bei dem, bei dem Kongress, verpasst ihr nicht, der wird wirklich super. Super, ich habe jetzt schon ganz viele Interviews geführt und die sind wirklich ganz, ganz toll. Vielleicht noch mal ganz kurz, wer mitmacht, also es ist zum Beispiel die tolle Annegret Noble dabei, die ihr von Teenager außer Kontrolle kennt. Ähm, gestern hatte ich das Interview mit Menno Baumann, das war auch ganz toll. Showformateur natürlich, ähm, der ist natürlich mit dabei. Matthias Jung, den ihr vielleicht auch aus dem Fernsehen kennt, von Genial Daneben, sieben Tage, sieben Köpfe, ähm, der hat sein eigenes Programm auch jetzt, das heißt, chill mal. Nach der Geduld ist noch ganz viel Pubertät übrig. Ähm, genau, es sind ganz, ganz viele tolle Redner dabei, also lasst euch das auf keinen Fall entgehen und wir hören uns dann wieder. Ähm, genau, es sind ganz, ganz viele tolle Redner dabei. Ähm, genau, es sind ganz, ganz viele tolle Redner dabei.